Musik Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Ich habe euch einen Unlimited Money Glitch. Der ist so einfach Leute, einfacher geht's gar nicht mehr und ich muss euch zur Eile hetzen, weil ich nicht weiß, wann dieser geile Money Glitch gepatcht wird. Fest steht nur, das wird nicht lange dauern, dann ist dieser Money Glitch gepatcht. Deswegen haut euch sofort vor die Konsole und macht diesen affengeilen Money Glitch. Wie funktioniert dieser affengeile Money Glitch? Ihr müsst lediglich diesem Video ein Like geben, in die Videobeschreibung gehen, auf den Link Money Glitch klicken. Dort findet ihr A, den Founder bei 7Synths. Ihr findet den Money Glitch. So einfach ist es. Ihr geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Link Money Glitch. Dort werdet ihr umgeleitet auf meinen Zweit-Account. Und dort seht ihr den Glitch, wie ihr es von mir gewöhnt seid, in Farbe und bunt. Und dann würde ich euch sagen, macht diesen Glitch so schnell ihr könnt. Ihr braucht einen Kollegen, ihr braucht einen Biker-Club und mehr braucht ihr nicht, Leute. Der Glitch ist so einfach, einfacher geht's gar nicht mehr. Und dieser Glitch wird auch in Kürze gepatcht werden, da bin ich mir relativ sicher. Deswegen macht diesen Glitch gleich, so schnell ihr könnt. Seid bitte alle so nett. Wenn ihr das erste Mal bei mir seid, abonnieren, Leute. Wenn ihr den Glitch macht, vergesst nicht, die Nummer zu liken. Das fände ich von euch super. Und ihr findet es bestimmt auch super, dass ich euch den Money Glitch zeige. Deswegen liken, liken, liken. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich bin raus, raus, raus. Euer Luliche Nummer 1. Alle Infos in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich möchte euch hier ans Herz legen. Beeilt euch mit dem Money Glitch, solange er funktioniert. So einfach wird es lange keinen Money Glitch mehr geben. So einfach wie dieser hier ist. Deswegen in die Videobeschreibung auf den Link klicken. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß beim Knete machen. Euer Luliche Nummer 1. Haut rein, ich bin raus. Bye. I suppose the group hugs out of the questions.